Stell dir vor, dass jedes Ereignis, jede Begegnung und jedes scheinbar zufällige Zeichen in deinem Leben Teil einer größeren Geschichte ist, die sich gerade entfaltet. In der Welt der Spiritualität und des Mysteriums gibt es ein faszinierendes Phänomen, das diese verborgenen Zusammenhänge erhält. Synchronicitäten. Diese unerwarteten, aber bedeutungsvollen Muster sind weit mehr als bloße Zufälle. Sie sind flüsternde Botschaften des Universums, die entschlüsselt werden wollen. In diesem Video tauchen wir in das Geheimnis der Synchronicitäten ein und entdecken, warum die Muster in deinem Leben wichtige Wegweiser sind, die dir helfen, deine wahre Bestimmung zu verstehen und zu erfüllen. Bereite dich darauf vor, die verborgenen Fäden zu erkennen, die dein Leben auf geheimnisvolle Weise weben und leiten. Was sind Synchronicitäten? Synchronicitäten sind Ereignisse, die auf den ersten Blick zufällig erscheinen, bei näherer Betrachtung jedoch einen tieferen Sinn oder Zusammenhang aufweisen. Carl Jung, ein Pionier der Psychologie, hat diesen Begriff geprägt, um solche Ereignisse zu beschreiben, die über den bloßen Zufall hinausgehen. Es handelt sich nicht um bloße Koinzidenzen, sondern um bedeutsame Verbindungen, die oft als Zeichen oder Botschaften des Universums gedeutet werden. Diese Ereignisse können in Form von wiederkehrenden Zahlen, unerwarteten Begegnungen oder auffälligen Mustern im Alltag auftreten. Die Bedeutung hinter den Mustern Muster, die sich in deinem Leben wiederholen, weisen oft auf tiefer liegende Botschaften oder Lektionen hin. Sie können sich auf verschiedene Weise manifestieren, zum Beispiel durch wiederkehrende Träume, ähnliche Herausforderungen in verschiedenen Lebensbereichen oder durch Menschen, die mit einer bestimmten Botschaft in dein Leben treten. Diese Muster sind nicht zufällig, sondern ein Hinweis darauf, dass das Universum versucht, deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte deines Lebens oder deiner Persönlichkeit zu lenken, die möglicherweise einer Reflexion oder Veränderung bedürfen. Synchronicitäten und Intuition Die Verbindung zwischen Synchronicitäten und unserer Intuition ist eng und bedeutsam. Oft haben wir ein starkes inneres Gefühl oder eine Intuition, die uns zu bestimmten Menschen, Orten oder Entscheidungen führt. Diese intuitive Führung ist eng mit den Synchronicitäten verbunden, die in unserem Leben auftreten. Sie können als Bestätigung unserer inneren Stimme dienen oder uns anregen, unseren Instinkten und unserer inneren Weisheit mehr zu vertrauen. Synchronicitäten als Wegweiser Diese bedeutungsvollen Zufälle können uns als Wegweiser auf unserem Lebensweg dienen. Sie können Antworten auf unsere tiefsten Fragen sein oder uns helfen, Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit unserem wahren Selbst und unserem Lebenszweck stehen. Sie fordern uns auf, über den Tellerrand hinaus zu schauen und die Verbindungen zwischen unserem inneren Erleben und der äußeren Welt zu erkennen. Synchronicitäten können uns auch inspirieren, neue Wege zu gehen oder alte Muster zu durchbrechen. Synchronicitäten erkennen Lernen Das Erkennen und Verstehen von Synchronicitäten erfordert Achtsamkeit und eine offene Geisteshaltung. Es geht darum, aufmerksam zu sein für die kleinen Zeichen und Botschaften, die uns das Leben schenkt. Praktiken wie Meditation, Tagebuchschreiben oder bewusste Selbstreflexion können helfen, empfänglicher für diese subtilen Hinweise zu werden. Indem wir lernen, auf unsere innere Stimme zu hören und die Zeichen zu deuten, die uns umgeben, können wir eine tiefere Verbindung mit dem Universum und unserem eigenen spirituellen Weg herstellen. Zusammenfassung Synchronicitäten sind mehr als Zufälle. Sie sind bedeutungsvolle Zeichen und Muster, die uns auf unserem spirituellen Weg leiten. Sie ermutigen uns, unserer Intuition zu vertrauen und auf die subtilen Hinweise des Universums zu achten. Indem wir lernen, diese Zeichen zu erkennen und zu deuten, können wir ein tieferes Verständnis für unseren Lebensweg und unsere wahren Sehnsüchte entwickeln. Die Welt der Synchronicitäten ist faszinierend und voller Mysterien. Wenn du eigene Erfahrungen mit Synchronicitäten gemacht hast oder deine Gedanken zu diesem Thema mit uns teilen möchtest, freuen wir uns über deinen Kommentar. Teile dieses Video mit Freunden und Familie, die sich auch für die Geheimnisse des Lebens interessieren. Und um keine weiteren Inhalte zu verpassen, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Bleibe neugierig und offen für die Zeichen des Universums und bis zum nächsten Mal mögen die Muster in deinem Leben dich zu tieferem Verständnis und Erfüllung führen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017